Hallo, hier sind die 3 Lustige und 2 von Wärmebild24. Ich bin der Marco, der Thomas und der Stefan. Wir haben was cooles für euch vorbereitet und zwar den Weihnachtsgeländer 2021 mit 48 Gewinnen. Genau, 48 Gewinne, nicht 24, aber 24 Fragen. Jeden Tag eine Frage für euch, die ihr beantworten könnt auf den YouTube- und Instagram-Kanal. Wir losen jeweils einen Gewinner aus, einen auf YouTube, einen auf Instagram. Was müsst ihr dafür tun? Und zwar in den Kommentaren die richtige Antwort schreiben. Wir machen das für euch, die uns abonniert haben und wollen etwas kleines zurückgeben, ein kleines Kickback und haben da Preise im Gesamtwert von über 5.000 Euro, die wir verlosen, unter anderem Wärmebildkameras, Blaser-Pirschstöcke, Dianther-Pirschstöcke, coole Caps, also richtig starke Sachen. Wenn ihr Bock drauf habt, das Video startet jetzt. Ja, hallo, hier ist der Stefan am 2. Dezember. Wie geht es weiter? Wir haben die Polarmützen. Die werden diesmal verlost und zwar mit einem abnehmbaren Patch. Da könnt ihr ganz individuell einen Patch draufkleben. Der Thomas hat auch eine. Zwei Stück und zweimal eine Powerbank. Ja, was müsst ihr dafür tun? Ganz einfache Frage. Welcher Baum bringt Pech? In Anführungsstrichen. Ich habe mal ein kleines Modell mitgebracht, damit ihr es ein bisschen einfacher habt, um auf die Antwort zu kommen. Wenn ihr es wisst, die Antwort in die Kommentare bitte. Viel Glück!